Ich habe schon wieder verpennt, Leute. Ich habe eben gerade gedacht, ich wäre schon wieder online. Ich habe schon wieder eine Minute lang gequatscht. Und dabei bin ich noch gar nicht online. Jetzt bin ich erst online. Und der Weg zum Klo ist weit, schreibt der Erich. Und er muss ja zurück auch noch. Ja, genau, Erich. Er muss ja erst raus in den Garten zum Plumpsklo, oder was? Der Christoph schreibt, der Morgenschiss kommt ganz gewiss. Und wenn es erst am Abend ist. Ja, so sieht es aus. Aber das war ja jetzt nicht jeder Fall. Es war nur, ihr wisst schon. Also ich begrüße den Erich, den Com83, den Christoph, den Elo in mir 3, den Thorsten, den Max, Tobias, genau, Hampis 01, Jürgen, Martin, Low-Cost-Administrator. Die Reka ist auch wieder da, wie immer professionell. Der Michael ist da, guten Abend. Der Dieter ist da. Der Ex-Westfale auch Michael. Wie gesagt, das ist ein Sammelbegriff. Der TMC ist da. Charles sagt hallo. Pleggi ist da. Ich grüße und winke mal in die Runde. Christoph auch gleich nochmal 100 Punkte gechiert. Also das machen wir natürlich wieder später. Wir wollen jetzt erstmal hören, was der Tobias zu sagen hat. Dafür werde ich auch erstmal seine Mail raussuchen, die er geschickt hat. Er ist auch schon im Discord. Aber wie gesagt, ich suche erstmal schnell die Mail raus. 겁니다. Dumm, 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 dumm. Dumm, 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 dumm. So. Community Corner. Thomas. Hellboy. Ah, da ist es doch schon. Ich habe sie schon gefunden. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich hier nichts spoilere von seiner E-Mail oder ähnlichem. Ich muss das erst mal, aber ich muss das Kennzeichen noch verdecken. Hat er mich noch darum gebeten? Ich wollte das eigentlich erst zur nächsten Ben- oder übernächsten Ben-Ausgabe veröffentlichen. Aber jetzt, wo er da ist, machen wir das hier. So, wir gehen mal hier auf Ben. Kloppen da gerade mal seine Mail schon mal rein. Das haben wir erledigt. Und jetzt muss ich noch die Fotos runterladen und dann das Kennzeichen noch wegmachen. Wobei, Name vom Händler steht ja auch drauf. Also wahrscheinlich wäre es dem Händler eher egal. Aber wir respektieren das. Wenn der Tobias das so möchte, dann wird es auch so gemacht. So, das machen wir weg. Entfernen, speichern. So, und jetzt noch das andere Foto. Da ist aber kein Kennzeichen drauf, so wie es aussieht. Boah, Downloads. Ne, da ist kein Kennzeichen drauf. Das machen wir so. Und das machen wir mal so. Okay. Also, Tobias, falls du im Stream zuschaust, mach dich schon mal bereit. Ich hole gleich den Discord dazu. Ich lese nur erst mal die Mail von dir vor. Und, aber ich gucke erst noch mal nicht, dass da doch irgendwas drin ist, was ich nicht vorlesen soll. Ein paar Fotos. Liebe Tobias. So geht es allen, die ihr Elektroauto abholen. Wobei der Tobias das ja nur fürs Wochenende haben konnte. So muss ich es wohl beschreiben, was mir die letzten Tage mit meinem künftigen Fahrzeug widerfahren ist. Alles positive und auch die zwei, drei kleinen negativen Dinge jetzt hier zu beschreiben, würde den Rahmen sprengen. Aber ich stehe dir gern morgen nach dem Spätshoppen beim Twitch-Stream im Discord zur Verfügung für einen kleinen Plausch zur Verfügung. Zur Verfügung für einen kleinen Plausch zur Verfügung. Da müssen wir einmal zur Verfügung abziehen. Bleibt noch ein zur Verfügung. Sofern du das möchtest. Nur kurz zusammengefasst. Dieses Auto war die absolut richtige Entscheidung. Und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Anbei noch ein paar Fotos. So jetzt ist aber genug gequatscht. Schönen Tag noch und allerbeste Grüße, Tobias, aka Dr. Scheppel. PS, bitte verdecken doch die Kennzeichen. Ich weiß nicht, ob der Autohändler das so möchte. Danke dir. Warum hast du es denn einfach schon gemacht? Warum muss ich denn hier immer alles machen? Okay, jetzt gucken wir uns noch die Fotos an. Und es ist ein sehr schicker Kia EV6 in einem Knallrot. Also Kennzeichen sind verdeckt. Aber www.dürkopp.de Dein Auto, unser Herzschlag. Dort könnt ihr euch also einen Kia EV6 bestellen oder kaufen. Wird vom Tobias vermutlich gleich empfohlen. Da hören wir dann mal, wie auch sein Einkaufserlebnis ist. Hier nochmal von vorne mit. Also der Tobias ist da auch schnell mal in den asiatischen Raum gefahren. Könnt ihr mir vorstellen, ist das ein japanisches Gebäude? Ja, ich denke mal schon. Er ist also mal ganz schnell aus Deutschland nach Japan geflitzt. Kein Problem mit dem Kia EV6, weil der hat ja 800 Volt Technologie. Gut. Und jetzt hole ich mal direkt den Tobias mit in den Stream dazu, falls er denn schon da ist. Ich sage erst mal ein herzliches Hallo in den Discord. Wollt ihr mal alle Hallo sagen? Alle Hallo. 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 Guten Hallo. 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 Wer ist alle? Bier. So, ich gehe mal davon aus, alle Witzbolde haben Hallo gesagt. Sehr witzig. Ja, deshalb bin ich auch der große, bekannte, weltberühmte und von allen verehrte Streamer. Und ihr nicht. Und, nein, ich mache nur Spaß. Ich mache nur, oh Gott, das gibt vom Otto wieder Aue. Und ich sehe auch, dass der Tobias da ist. Ein wunderschöner, jetzt wollte er schon was sagen, der Otto. Er traut sich aber nicht dazwischen zu quatschen, weil er genau weiß, ich bin stärker und größer als er. Nein, nein, ich sage nur, schau mal auf dein T-Shirt, dort ist der größte und stärkste. Ja, Stihl und Otto, ne? Das ist ein Witz vom Otto, weil das widerspricht sich. Okay, lieber Tobias, bist du da, willst du auch erst mal Hallo sagen? Ja, das bin ich und wünsche allen einen wunderschönen guten Abend. So, und ich werde jetzt auch gleich dein Schätzchen wieder hier einblenden. Und jetzt überlasse ich dir die Bühne, beschreib doch mal, wie das Erlebnis für dich war und was du bisher gefahren bist und wie der Unterschied für dich ist. Ja, also, eine Sache, bevor wir das anfangen, möchte ich sagen, Michi, ich bin hart enttäuscht, dass es in deinem Merch-Shop nicht mehr den Anglerhut gibt, vor allen Dingen mit dem neuen Design, was es dazu gibt. Halt! Ich bin enttäuscht. Halt! Halt! Bevor wir hier weitermachen, wollen wir gleich, bevor hier... Oder ich habe ihn nicht gesehen, das kann dir auch passiert sein. So, Moment. Das ist der Anglerhut? Fischerhut? Ah, da ist er, okay, ich habe nichts gesagt, ich nehme alles zurück. Dann klickst du hier drauf. Dann muss ich mich beschweren, dass es ihm nicht eine Hutgröße 62 gibt. Punkt. Das ist aber was, wo ich halt wenig Einfluss drauf habe. Da kannst du zum Beispiel das... Moment mal, kann man auch... Ja, Druckart? Ja. Da kannst du auch deinen Elektro-Fetischist, Elektro-Auto-Fetischist zum Beispiel reinmachen. Das ist doch ein todschicker Fischerhut. Und du hast Hutgröße und Anzahl, wie hier haben wir es gesehen, LXL-Caps. 61 oder so, oder 60. Grösentabelle? Äh, bis 58. Ja. Und du hast so einen Mods-Oschi? Ja, ich habe Hutgröße 62. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe 58 bei Helmgröße oder 56. Also mir wird sogar sowas passen. Aber egal. Wir sind ja beim Kia EV6 und deine Beschwerde wird hiermit abgelehnt. Und du darfst trotzdem sagen, was du bisher fuhrst und wie deine Erfahrungen waren. Unfassbar. Nein. Also, ähm, ich möchte sagen, dass das Auto, was da ist, das ist mein Auto, was ich im, äh, Mitte, Ende Oktober dann übernehmen werde. Genaues Datum habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Und, äh, ja, was soll ich sagen? Ähm, jeder, der ein Elektro-Auto sucht, ich kann nur empfehlen, dieses Fahrzeug zu nehmen. Ist einfach geil. Welche Version hast du? Äh, ich habe den normalen, nicht die GT-Line mit großem Akku. Und Heckantrieb. Und Heckantrieb, ja. Kein Orbit-Drive, das brauche ich nicht wirklich. Ausstattungstechnisch, irgendwelche Highlights noch dabei? Wärmepumpe und das R-Paket, das ist das R. Ich hätte gerne noch zwei, drei Sachen aus den anderen Paketen gehabt. Aber, also zum Beispiel diese, diese, äh, äh, Außenspiegel, die sich dann in den, äh, im, im, äh, sag doch, wie heißt das, im Display einblenden. Ah, okay. Dafür hätte man andere Pakete nehmen müssen. Die wären teuer gewesen und dann, das muss man Kia leider negativ anlassen. Finde ich, äh, muss man noch das Paket davor nehmen. Das kostet auch wieder extra Geld und so weiter und so weiter. Hast du Head-Up-Display? Nein. Schade. Weil das ist echt toll. Schade, aber ich bin da nicht so der Fan davon, muss ich sagen. Für mich ist es nicht so schlimm. Okay. Ja. Ähm, was, was hast du zum Innenraum, Verarbeitung und all das? Willst du auch nochmal kurz was dazu sagen? Ja, also der Innenraum ist super. Ähm, das Einzige, was ich machen werde, ich werde mir, ähm, Sitzbezüge besorgen, weil ich hab da dieses Kunstleder und, äh, ich bin, hab mit zwei unterschiedlichen, äh, Hosen drauf gesessen. Einmal mit einer normalen, so einer kurzen Hose, weil es sehr warm war an dem Tag, wie es da zu sehen ist und aber auch mit einer Jeans und ich hatte das Gefühl, wenn man eine Jeans an hat, ähm, klebt man sehr daran oder hängt man sehr doll fest, da rutscht man nicht so leicht. Das mögen andere als einen Megavorteil betrachten, ich fand aber das schon fast zu sehr. So ein bisschen rutschen muss ja immer drin sein, man muss sich ja da drin auch so ein bisschen bewegen können. Wobei, du hattest auch Probleme mit, 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 äh, Fahrersitz und so weiter, warst du das oder war das jemand anders? Also ich hatte mit dem Fahrersitz gar keine Probleme, ganz im Gegenteil. Okay, aber du hattest schon mal bei irgendeinem Auto, war irgendwas mit Fahrersitz? Wo du, warst du das, wo auch mit dem Hersteller dann, weil du relativ, ja, breit gebaut bist oder war das jemand anders? Ich war es nicht, also ich, ja, ich bin, ich bin ziemlich schwer und ziemlich breit und, äh, diese, ich kann da jedem raten übrigens, der auch, ich sag mal, massiv Gewichtsprobleme hat und breites und Tür zum Beispiel, eine große Tür haben möchte zum Einsteigen, dass er bequem einsteigt. Dieses Auto ist dafür wie gemacht. Und wenn ich das sage, wenn ich das sage, hat das was zu sagen. Okay, wie, wie groß bist du, Tobias? Ich bin 1,84 Meter. 1,84 Meter. Okay, aber massiv, du hast den Sitz, das ist deine Position hier, die ich jetzt, also du hast die Sitzlehne sehr weit hinten, würde ich mal sagen. Also das Lenkrad muss auch weit raus, oder? Ja, es täuscht, es täuscht mega, glaub mir. Okay. Ich bin, äh, das ist übrigens, das Bild ist, ich war nicht in Japan oder nicht in China, äh, wir sind in den Oberharz gefahren hier bei uns und haben dort ein, äh, da war meine Verlobte war da, äh, und da wollten wir irgendwas machen und da sind wir in den Oberharz gefahren und da waren, gibt's hier eine große, äh, Anlage, die man im Hintergrund sieht, da steht unter anderem diese Pagode, ähm, äh, und da ist, gibt's Kräuter, Bäume, Pflanzen, sowas zu sehen, sowas konnte man sich auch mal angucken, war sehr schön, war sehr entspannt, sehr angenehm. Du hast gerade ein Raid gekriegt. Ich hab ein Raid gekriegt? Ja, Polcat. Die Polcat raided mit 156 Zuschauern, das ist ja der Wahnsinn. Liebe Polcat, vielen herzlichen Dank, wer ihr ebri-schädet in Hard Times von einem echten Twitch-Superstar oder Superstarin, ich weiß wie man das, äh, jetzt korrekt gendert, ähm, geredet zu werden, das ist mir eine echte Ehre. Liebe Freunde, liebe Zuschauer von der Polcat, ähm, achso, ich hab heute, doch, heute kann ich euch auch ein bisschen was bieten, ne, Moment. Also auch, falls da ein paar Damen drübergekommen sind, ne, extra für euch, yeah, Radfahrerbeine. Gut, haben wir das auch, ich glaub, der Stream wird von Twitch irgendwann gesperrt. Ja, aber der Tobias war dabei, etwas von dem Auto noch zu berichten, also Innenraum, viel Platz, geh ich davon aus, ne, auch gerade auf dem Fahrersitz, und, äh, auch als etwas, ja, stabiler gebauter Mensch findet man gut Platz in dem Auto, das kann man so sagen, ja. Absolut, äh, und ich hab grad schon gelesen, einige sagen, das ist ja wie Werbung, also ganz ehrlich, ich krieg nichts, weder von dem Autohersteller, noch von dem Autohaus, ne, ich kann nur sagen, mich hat dieses, mag vielleicht daran liegen, dass ich aktuell immer noch Verbrenner fahren muss, was für mich, also ich muss nach den fünf, nee, sechs Tagen, die ich das durch hatte, oder fünfeinhalb, sag ich, wieder in meinen Mazda 3 zu steigen, war, äh, das kam mir vor wie eine Strafe, muss ich ehrlich sagen. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, wo wir uns begegnet sind, bei dem, ähm, Elektro, äh, Dingsbums, beim Pace Race. Genau, Pace Race, genau. Hey, weißt du, ich hab da schon wieder eine mehr auf dem Schirm gehabt, glaubst du's? Ich werd alt. Aber, ähm, also ich hab den, ähm, Tobias auch schon persönlich getroffen. Okay, also du fährst jetzt noch Mazda 3, und, ähm, was sagst du zu den Assistenten, was sagst du zum Fahren von dem Auto, weil du schwärmst ja schon ein bisschen. Ja, also, ganz, ganz, ganz ehrlich, ähm, ich bin ja, äh, Probe gefahren vorher einige Autos, ich bin den, äh, Ioniq 5 gefahren, an den hatte ich ja anfangs sehr mein Herz, muss ich sagen, wirklich, wirklich doll, den wollte ich unbedingt haben. Ähm, das ist jetzt natürlich da ein bisschen anders, der hat ein anderes Fahrgefühl, und, ähm, es ist ja im Prinzip auch nur die 229 PS Version, nicht die 306 Variante, habe ich bei einem A5 zum Beispiel, aber ganz ehrlich, wer nicht ein absoluter Dauerraser ist, ja, der braucht das auch nicht, ne, das ist einfach, äh, diese 229 PS haben so viel Bums und sind so gut in diesem Auto zu fahren, zu handeln, ähm, wow, einfach nur wow. Wobei, musst du mal betonen, äh, Tobias fährt jetzt Mazda 3 mit wie viel PS? Äh, 120. Ja, also, das kannst du natürlich in keinster Weise vergleichen. Nein, 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 vielleicht bin ich auch ein wenig davon überwältigt und so begeistert, weil ich halt noch einen Verbrenner fahre, ne? Ja, und du hast auch lang dafür gespart, ne, dass du die Kohle zusammen hast, und willst du noch was zu deinem, äh, Kauferlebnis bei Dürkhop.de sagen, da noch ein bisschen Werbung machen, weil der Tobias arbeitet dort, muss man dazu sagen, und kriegt eine extra Prämie, wenn er jetzt noch Werbung macht. Nein, das ist eine absolute Lüge, möchte ich an dir sagen, ich habe damit, äh, nichts zu tun, ich arbeite da nicht, absolut gelogen. So, und Prämie kriege ich auch nicht schön, wäre es vielleicht, könnten sie mir dann die Winterreifen sponsern oder so, aber passiert auch nicht, muss ich auch selber bezahlen. Ähm. Ähm. Also, ich muss dazu Folgendes sagen, der Herr, der da arbeitet, der hat mir das so ermöglicht, dass ich das machen kann, diese fünf oder fünfeinhalb Tage Fahrt da, das Auto zu fahren, es war einfach nur großartig, und wie gesagt, wenn ich ein bisschen Glück habe, er weiß noch nicht, ob er es schafft, habe ich den Wagen Ende diesen, Anfang nächsten Monat nochmal, und, ähm, ähm, ich werde genauso begeistert sein, wenn ich ihn wieder fahren darf, und wahrscheinlich genauso traurig sein, wenn ich ihn wieder abgeben darf, ja, und, äh, das ist einfach großartig. Also, Dürrkopf, kannst du empfehlen? Ja, also zumindest hier bei uns in Goslar kann ich nur empfehlen. Okay. Ähm, also dann vielen Dank für deine Einträge, lieber Tobias, und ich möchte jetzt von allen einen Daumen hoch für diese, äh, für diese Kaufentscheidung und auch für die Schilderung der Erlebnisse, äh, von euch sehen. Natürlich ist es auch ein bisschen, ja, vom ersten Eindruck, du hast aber, halt, du hast doch gesagt, es gäbe auch ein, zwei Kleinigkeiten, die dir nicht gefallen, den müssen wir natürlich auch jetzt noch finden. Richtig, ja, natürlich, natürlich. Ähm, was mir, äh, nicht gefallen hat, äh, ist einmal, dass es kein Android-Auto, oder dass es das nur mit Kabel gibt, absolute Lächertigkeit, finde ich furchtbar. Kann man nachrüsten. Bitte? Kann man nachrüsten. Äh, ja, da muss man, muss man sich halt so ein Dings kaufen, so ein, so ein, so ein, so ein, hab ich vor, aber die kosten halt auch ein Arschvollgeld, Entschuldigung, weil ich es mal so deutlich sage. Ähm, ja, das hat mir nicht so gefallen. Dann die Tatsache, dass es, ähm, dass immer noch nicht was gemacht wurde. Ich weiß, Hyundai und Kia haben das schon angekündigt, aber dass die immer noch nicht aus der Hütte kommen mit dem, ähm, äh, mit dem Update für das Navi und der Ladeplanung, das muss passieren. Ich, da muss man auch immer eindringlich an die Hersteller sagen, Leute, in Zeiten von Sachen wie, und ja, ich meine, diesen Namen zu erwähnen, ist schon ein bisschen merkwürdig, aber Tesla, ja, äh, Tesla hat sich mit der Software so viel Mühe gegeben. Ich weiß, die sind ein Elektroauto- und Softwarefirma, aber man muss doch mal ein bisschen so anstreben, dass man nur halbwegs in die Richtung, ja. Und solange, wie sich zum Beispiel VW-Zeit gelassen hat, hoffe ich, dass sich Kia und Hyundai nicht zeitlang. Ja, da muss ich halt sagen, bei Ford Over-the-Air-Updates, bei mir, das funktioniert eigentlich einwandfrei. Ich kriege eigentlich regelmäßig welche. Ich habe jetzt wieder eins, was ich schon hatte, nochmal neu aufgespielt bekommen von Ford, wahrscheinlich wegen dem Vampir- oder Vampir-Train, aber das sind alles deine Negativen oder gibt's noch was Negatives? Äh, was hatte ich noch? Ich hatte noch irgendwas im Kopf, weil, muss ich ehrlich sagen, äh. Na, wenn's dir noch, wenn's dir noch wieder einfällt, dann meldest du dich einfach nochmal. Machen wir es so. Ja, sehr gerne. Ähm, eine Sache möchte ich aus dem Chat noch sagen, irgendjemand schrieb, dass er den gut findet, aber den Skoda Enyaq besser findet, also abgesehen davon, dass es natürlich immer persönliche Präferenz ist. Äh, der Skoda Enyaq wäre der andere Wagen gewesen, den ich mit auf der Liste hatte von den Autos, die ich nehmen wollte, hätte wollen würden, hätte nehmen wollen, so ist es richtig, Entschuldigung. Ähm, aber da waren die Lieferzeiten, sind ja jetzt noch viel schlimmer geworden, aber damals gab es hier bei uns und nirgendwo in der Gegend 80er zu kaufen, für einen akzeptablen Preis und vor allen Dingen nicht für den Preis, den ich für den Wagen in der Ausstattung bezahlt habe. Ja. So, das muss ich nochmal sagen. Okay. Also, vielen Dank für deine, ähm, Schilderung deiner Erfahrung, lieber Tobias. Ja. Der Hippo Streaming fragt gerade noch wegen Ladeleistung, ob du dazu was sagen kannst, also da muss man dazu sagen, der Tobias hatte das Auto jetzt für fünf Tage oder so. Ja. Sicherlich hast du auch mal geladen, wir wissen ja, wie der Kia EV6 lädt. Kann ich, kann ich sagen, ähm, ich hab keiner Zeit, aber das stört mich gar nicht, denn ich muss darum mal sagen, äh, jeder der meint, er müsste, er müsste so viel Zeit aufwenden für Laden und so weiter, selbst wenn ich diese 18 Minuten, die von Kia und Junai angekündigt waren oder angekündigt sind, bei optimalen Bedingungen nicht erreiche, ist diese Karre so schnell vollgeballert, wenn man sie irgendwo hinstellt und nebenbei was erledigt. Ja. Unfassbar. Jedem, der heute noch mit Reichweiten Angst oder meint, oh, da muss man ja so lange laden, möchte ich nur mal ins Gesicht sagen, setz dich da rein. Ja, es muss noch viel passieren, was die Ladeinfrastruktur im Alltag angeht, keine Frage, aber wenn das einmal soweit ist, gibt es keine Entschuldigung mehr dafür oder kann das keine Ausrede mehr sein, keine Elektro... Ganz einfach. Okay. Gut. Jetzt machen wir aber erstmal einen Hagen dran, Tobias, damit wir auch noch ein bisschen andere Themen heute thematisieren können. Ein ganz wichtiges Thema sind augenscheinlich meine Beine. Also die Polecat sagt zunächst erstmal, hör doch auf, Michi, die ist also bescheiden, ne, als Superstar auf Twitch, die ist trotzdem auf dem Boden geblieben, im Gegensatz zum, ähm, wie heißt der Lebensabschnittsbekleider? Erzählt mir mal, ich hab natürlich wieder nur den Namen von der Polecat mir gemerkt. Der Blocks, ne, Blocks, voll abgehoben. So, vielleicht lässt sich der Fahrersitz mit Silikonspray oder Telefonspray, ähm, behandeln, sagt er, Zehnsocken, naja, man kann ja auch, wie gesagt, einen Sitzüberzug nehmen. Äh, Freeland Andy sagt, Superstarin natürlich, ja, genau, Superstarin, okay. Superstaröse, sagt er, kommt 83, das ist doch toll, sagt er, Lorenz, äh, Zorro, okay, weiß ich nicht. Eloimi3 sagt, veganes Leder, der Name ist doch an sich schon falsch, ja, es ist einfach Kunstledo, so wie es früher auch hieß. So, ähm, oh je, alle wieder weg. Also Polecat schreibt, uh, das ist total sexy, ich glaube, ich verlasse den Blocks, hat sie geschrieben im Chat, könnt ihr selbst nachlesen, sofort 100 Zuschauer wieder verloren, schreibt da Max. Der Erich macht ein trauriges Gesicht, Lorenzo sagt stabil, danke, äh, Loren, nee, Lorenoa Zorro, Lorenoa Zorro, sagt das. Ich hoffe, die schalten nicht alle jetzt ab, was, das sind doch wunderschöne Beine. Äh, so, der Analogon, der schießt den Vogel ab, raus Analogon, mal die mal rot an, dann kannst du im Stream von Ricola auftreten, man muss dazu sagen, der Ricola, äh, 71, auch da lasst ein Follow da, der macht Streams mit Störchen, ne, der hat Störche in seinem Stream, der Analogon will damit sagen, ich sei ein Storch. Der Dieter verabschiedet sich, Gutsnächtle Dieter, äh, na, summt dein Radio Mustang? Nee, Himbeerton, das Display hat mal gesummt, aber das ist mittlerweile auch erledigt. So, der Otto schreibt, äh, muss euch mitteilen, kann nicht ans Nordkarp fahren, bin jetzt blind. Was guckst du auf den Stream, Otto? Äh, kauf einen Skoda, ah ja, das war vom TMC, da hat der Tobias schon drauf reagiert. Dann kann ja die Luzi fahren und du sitzt daneben. Ja, das ist eine Lösung. Otto, wir haben die Lösung gefunden. Äh, so, Mike schreibt noch, also der Kia EV6 ist ganz gut vom Sitzen her, aber der Skoda Enyaq ist nochmal eine Ecke lässiger vom Sitzkomfort, den hatte ich am Freitag erst Probe gefahren und es war bisher das Auto mit dem besten Platzangebot auf dem Fahrersitz für breite Leute, okay. Also, Kia EV6 oder noch besser Skoda Enyaq. Ähm, Otto arbeitet jetzt mit Text-to-Speech, okay. Jetzt kommen die Daumen hoch für dein Auto, Tobias. Der Hexter schreibt noch, das hat nichts mit dem Auto zu tun, gibt einen Verbrennerfahrer, einen EV, der ein bisschen was taugt, die wollen alle einen EV, Kollege hat meinen Kona seit einer Woche und will jetzt unbedingt EV. Ich denke, dass auch, wer den Ford Kuga Vollhybrid fährt, ne, und steigt in mein Pony ein und fährt das, was natürlich nie passieren wird, weil ich gebe das Auto nicht aus der Hand, ähm, der wird sofort das Pony wollen. Das sind Welten zwischen diesen Autos, Welten! Und das Pony ist jetzt gar kein Rennwagen, aber im Vergleich zu dem Kuga Vollhybrid, ist es ein absolutes Traumauto. Und es ist mir jetzt wieder klar geworden, wie tolle Elektroautos sind, als ich in dem Kuga saß. Äh! Ach! So, ähm... Michi, dürft ihr nochmal einmal kurz reingrätschen, noch eine Sache sagen? Das hat so ein bisschen was mit meinem persönlichen Glück zu tun, nur so eine kleine Anekdote. Ein neues Fahrzeug, der Wagen, ich kriege ihn, was ist, es ist sofort etwas kaputt. Okay. Es war, äh, der, vom Rück, vom, äh, Einpacksensor hinten war der Kabelbaum beschädigt, der ist kaputt aus der Fabrik gekommen und hat irgendwann komplett nachgegeben. Also nur mal so eine Bratte. Ja, aber es wird, es wird repariert, bis du ihn kriegst, oder? Ja, na klar, natürlich, ist schon gemacht. Also, bleib mal ganz ruhig, der arme Tobias, muss da gleich leiden. So, dann Marcel sagt noch, aber mal eine Frage. Ich verabschiede mich für Sie. Ah, ja, danke dir für die Berichterstattung, Tobias, ne, aber bleib noch in der Nähe, falls noch Fragen sind. Ähm, Marcel schreibt aber mal eine Frage zu, ähm, Android Auto Wireless. Ist die kabellose Verbindung denn genauso stabil wie mit Kabel oder kann es zu Problemen kommen? Marcel, es kommt immer ganz drauf an, wenn ich dir, wenn ich jetzt was kaufen würde, ne, ich würde nicht dieses Dongle an sich kaufen, ne, das ist auch eine Möglichkeit, sondern ich würde das hier kaufen, ähm, was ihr dann natürlich bitte auch über mein Box, äh, Android. Moment, AI Box, sondern ich würde dieses System hier kaufen, genau, das hier ist es. Ähm, warte, jetzt steht hier, warte mal, da steht jetzt CarPlay. Ah, ja, doch, ist das Richtige. Die ist etwas teurer, ne, diese Box hier. Die hat aber 4 Gigabyte und 64 Gigabyte, ähm, Hauptspeicher, also 4 Gigabyte Arbeitsspeicher und 4 Gigabyte Speicher. Sollte also normalerweise schnell genug sein. Hat auch einen Octa-Core Prozessor, also einen 8-Kerner. Und, äh, die kannst du auch an den USB-Anschluss für, ähm, Android oder CarPlay anschließen fürs Telefon. Und hast dann YouTube, Netflix, alles, was du dir vorstellen kannst und kannst dann zusätzlich hier auch noch dein Smartphone, äh, Android Auto mäßig einbinden und dann halt über die Box auch Android Auto in deinem Auto haben. Die Frage ist halt immer, ob der gesamte Touch-Funktion-Inhalt mit unterstützt wird. Das musst du halt ausprobieren. Aber die kannst du ja einfach bestellen. Und im Moment gibt es sogar 38 Euro. Ach. 38 Euro Nachlass. Also für 240 Euro kriegst du im Moment hier diese, äh, diese Box. Ich kann nur empfehlen, probiert es aus. Beim Muster MyE, ich hatte eine preiswertere Box. Das hat mich nicht überzeugt. Aber das hier ist schon wieder ein neueres Modell. Also, mal sehen, wie sind die Bewertungen? Ja, das sind alles italienische Bewertungen. Top-Reviews von Germany haben wir gar keine. Also, da muss man natürlich immer vorsichtig sein. Probiert es aus. Und wenn es euch nicht gefällt, dann schickt ihr das wieder zurück. Also, einfach Android, AI-Box auf Amazon eingeben und dann halt darauf achten, dass ihr die große habt. Ne, mit 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Speicher. Es gibt ja welche mit 2 GB. Die sind dann aber brutal langsam. Und, ähm, auch darauf achten, dass ihr eine halbwegs moderne, äh, Oberfläche habt. Sieht man die hier? Das sieht man jetzt hier nicht. Also, da gibt es verschiedene Boxen. Die sind aber alle vom Prinzip her gleich. Versucht die mit der besten, ähm, technischen Ausstattung zu nehmen, Marcel. Das würde ich ausprobieren an deiner Stelle. Weil dann hast du halt auch einen Browser mit dabei. Du hast Netflix. Du hast, äh, YouTube. Du hast halt alle Apps, die es für Android gibt. Und nicht nur die, die es für, ähm, Android Auto gibt, ne? Und, ähm, auch Apple CarPlay funktioniert dann hiermit. Du hast halt dann praktisch einen eigenen Android PC im Auto, über den das Ganze läuft. Also, das nur zur Info. So, ähm, Over-the-Air-Update brauchst du nur, wenn das Auto nicht perfekt ist. Naja, Elohim B3. Das wäre ja das Gleiche dann auch beim Smartphone. Die funktionieren in der Regel auch einwandfrei. Du kriegst aber neue Funktionen. Und, ähm, deshalb, ich hab jetzt auch dieses Sketch-Ding, ne? Wo ich was malen kann. Brauch ich nicht. Aber vielleicht gibt's ja irgendwann auch mal, ähm, sinnvolle Erweiterungen. Und deshalb will ich schon Over-the-Air-Updates, wenn ich da nicht jedes Mal zum Händler muss. Ähm, Wuschelt schreibt, Enyaq war bei mir damals ausgeschieden, weil die Allrad-Version erst ein halbes Jahr später rausgekommen ist. Der 2WD war mir viel zu lahm. Ja, stimmt schon. Die sind schon ein bisschen Wanderdünnen-mäßig, ne? Ähm, so, wir gehen mal weiter runter. Ähm, ich hätte eine Aufgabe für dich für den EV6, sagt der Heligris. Teste mal das Laden an deiner Wallbox. Du wirst feststellen, dass, wenn er das Ladelimit erreicht hat, weitere 2-3 Stunden mit 110 Watt weiter lädt. Gut, gibt Schlimmeres, ne? Aber ist natürlich nicht perfekt. Aber das kann man sicherlich über ein Over-the-Air-Update auch noch bereinigen. Wie ist denn die Lieferzeit vom EV6 derzeit so? Fragt der Hippo-Streaming. Marcel, falls du noch da bist und was dazu sagen kannst. Na, müssen wir kurz warten, weil der hat sich im Discord stumm geschaltet. So. Ähm, Kimi sagt, vielen Dank. Ja, gern geschehen. Auch wenn du was bei Amazon kaufst jetzt, ne? Würde ich mich freuen, wenn du es über meinen Shop machst. Aber, muss natürlich nicht. So, ich frage mich, warum hat ein aktuelles Auto diese Option nicht als Wireless? Ja gut, das ist halt damals nicht eingeplant worden. Wie auch immer. Ähm, der ID.5 GTX hat's. Funktioniert auch gut. Das passt. Lizenzkosten, schreibt der Marco. Das könnte natürlich sein, ne? Ähm. Ist ja fixbar mit so einem Dongle. Jawohl, da hat er Tobias recht. Also ich sehe es auch nicht allzu dramatisch an. Und selbst wenn du jetzt 240 Euro extra bezahlst, ne? Hast dann aber auch ein volles System drin, ne? Also kannst dann auch, wenn du irgendwo lädst, über deinen Bildschirm, YouTube oder was auch immer gucken, ne? Also ich finde das schon gut. Achso, da gibt es auch eine Version, wo dann auch ein LTE-Modul, ne? Ein 4G-Modul eingebaut ist. Es gibt also unterschiedlichste Versionen. Ich gucke gerade nochmal, ob ich hier... Ähm, Moment mal. 4G. Geben wir nochmal ein. 4G. So. Wireless. Wir gucken gerade nochmal. Limited Deal. 64 GB. Ja. Das... Jawohl, das ist die gleiche. Kostet... Ah, aber guck mal. Die gibt es noch günstiger. Die gibt es noch günstiger. Hier. Ich poste euch das nochmal rein als Link. Das ist jetzt aber schon ein Affiliate-Link, ne? Also da bekäme ich eine Provision, wenn ihr es darüber bestellt. Da habt ihr nämlich jetzt... Moment, ich mache es auch nochmal hier auf. Da kriegt ihr noch 28 Euro Nachlass. Vielleicht bestelle ich mir die sogar auch, ne? Das dürften aber alles die gleichen sein, ne? Ach, warte mal. AI-Box, iOS, Wireless CarPlay. Die läuft aber doch bestimmt auch über Android. Ja. Das sind, glaube ich, alles dieselben Boxen. Warum sie das jetzt anders nennen, weiß ich nicht. Aber ihr könnt ja dann die für Android oder iOS kaufen. Je nachdem, was für ein Gerät ihr nutzt. Und die hat jetzt 59 Ratings. Und ihr seht schon, da gibt es ein paar, die 5 Stars vergeben. Aber es sind auch welche, die da 1 Star nur vergeben. Da passt es wahrscheinlich nicht zum Auto, ne? Das muss man ausprobieren. Okay. Das also dazu. Und, ähm... Einen kurzen Hinweis vielleicht noch dazu. Ähm, das 4G ist nicht unbedingt das Beste. Ich habe es also mit einem externen Router verbunden. Da läuft das perfekt. Aber wenn du das nur über eine extra SIM-Karte laufen lässt, dann ist der Empfang doch relativ mies. Okay. Also, am besten über den Ruder, übers Handy von mir aus laufen lassen, ne? Ihr braucht ja eh einen Datenvertrag, einen Datentarif dafür. Aber da gehe ich mal davon aus, die sind alle relativ technikaffin. Die wissen das bestimmt. Aber guter Hinweis. Ähm, ihr braucht nicht unbedingt das 4G LTE-Modul. Aber wenn es dabei ist, ist ja auch nicht schlimm. Ähm, Tobias sagt, über den Ruder ist besser. Apple CarPlay kommt nächstes Jahr in einer neuen Version. Das müssen die Autohersteller auch erstmal implementieren. Auto-Klimasteuerung dann auch über Apple möglich. Also, da tut sich was. So, ähm, ist da noch, wenn jemand einen Android-Auto-Dongle verlinken kann, der bekannt gut funktioniert, wäre fein. Die Bewertungen sind bei vielen ja eher so mau. Ja, und vor allen Dingen sind auch einige gekauft, ne? Also, Wuschel, ich kann nur sagen, probier es aus. Hast du nicht auch eine Mail geschrieben? Ich glaube, der Wuschel hat auch eine Mail geschrieben. Ähm, und wenn es nicht funktioniert, schickst du es wieder zurück. So mache ich es ja hier mit dem Ruder. Wo ist er? Mit dem Ruder auch. Sollte er nicht funktionieren, ne? Dann geht er zurück. Kein Problem mit. Wieder schmerzfrei. Okay. Ähm, jetzt glaube ich, mache ich erstmal eine Bestandsaufnahme, ob ich Liegestütz machen muss. Oder ob ich heute komplett verschont bleibe. Da gucken wir jetzt mal. Ähm, wo geht es denn los? Also, ich muss auf jeden Fall welche machen. Soviel ist schon mal klar. Ähm, hier geht es los. Elo im I3. Müsste da Lukas sein, ne? Ist das der Lukas? Bin mir nicht sicher. Ähm, ist seit sechs Monaten auf Stufe 1. Abonnent, vielen Dank. Lieber Elo, wäre ihr Prie-Chäden in Hard Times? Das gibt wieder eine Liegestütz. So, übrigens auch der Benomat 1000 von der Reka, ne? Ganz tolle Idee. Wird regelmäßig eingesetzt. Dann hat die, äh, ne, der Dida hat 11 Bits gechiert und der Christoph hat 100 Bits gechiert. Sind zusammen 111 Bits. Thank you very much. Very appreciated. Brauchen wir wieder ein Zettelchen. Ein Stiftchen. Schreiben wir uns auf. 111 Bits. So, dann Dieselmarsch vom Albert. Albert, ich habe noch mehr viel drin, aber auf dich. Da muss vielleicht noch ein bisschen Cola. Da muss vielleicht noch ein bisschen rosten. So, dann die Reka ist im 23. Monat Abonnent. Und wie gesagt, die Reka ist die Erfinderin des Benomaden. Da gibt es auch wieder eine Liegestütz. Der Christoph hat 5 Community Subs gegiftet, lieber Christoph. Thank you very much. Very appreciated. Not Dimes. 5. Haben wir. So, dann hat der Socket Tuning 150 Bits gechiert. Der Hexter hat 100 Bits gechiert. Und der Thorsten hat 400 Bits gechiert. Das sind zusammen 550, 650 Bits. Thank you very much. Very appreciated. Not Dimes. 650 Bits. Schreiben wir uns auf. So, dann der Jürgen hat im 27. Monat abonniert und schreibt immer noch keine drei Jahre. Ja, das ist noch ein bisschen, Jürgen. Eine Liegestütz. Dann Rocky Money hat im 16. Monat abonniert und schreibt. Und weiter geht's. Eine Liegestütz ist fertig. Schöne Grüße aus Gölle. Gölle, I love. Schöne Grüße nach Goll. Sympathischer Ex-Bundesliga-Club. Oder spielen die wieder? Erste Bundesliga? Die ist noch die zweite Bundesliga? Ich glaube, es sind zweite Bundesliga, ne? So, dann der Hoko hat 100 Bits gechiert. Thank you very much. Very appreciated. Not Dimes, habe ich mir aufgeschrieben. Der Boris Bies hat im 11. Monat auf Stufe 1 abonniert. Boris, thank you very much. Very appreciated not Dimes. Eine Liegestütz. Dann hat der Green Mungo 300 Bits gechiert. Der Low-Cost-Administrator 99 Bits. Und der HH1 sich 100 Bits. Sind zusammen 500 Bits. Thank you very much. Very appreciated not Dimes. Genau genommen 499 Bits. So, dann der Thorsten hat 5 Community Subs gegiftet. Thank you very much, lieber Thorsten. Very appreciated not Dimes. Ich glaube, der Thorsten will auch nach Büdingen kommen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ich hoffe nur, dass ich ihn auch gleich wieder erkenne. Nicht, dass ich mich wieder blamiere. So, ähm... Sonst erkenne ich dich. Ja, das, das hoffe ich klappt, ne? Weil du siehst mich ja auch gerade, ne? Prägt dir das ein. Riesige Nase, Klatze und sieht aus wie ein 70-Jähriger. So, dann, äh... Der Ralf hat 200 Bits gechiert. Der Low-Cost-Administrator 95 Bits. Sind zusammen 295 Bits. Thank you very much. Very appreciated not Dimes. 295 Bits. So, dann der Low-Cost-Administrator hat noch ein Community Subs gegiftet. Thank you very much. Eine Liegestütz. So, dann haben wir einen Hype-Chain. Ich kriege die Punkte angezeigt. 1655 Punkte haben wir schon zusammen. 1655. So, dann hat der Look im vierten Monat abonniert und schreibt, nabend, nabend, look, vielen Dank. Very appreciated not Dimes. Eine Liegestütz für dich. Oder eine Michi-Stütz, um genau zu sein. So, dann hat die Polecat geradet. Polecat, vielen Dank. Very appreciated. Aber das hatten wir, glaube ich, schon. So, der Sepp-Buddy-Holly, der hat nett verstanden, worum es bei den Punkten gibt. Und hat Punkte für einen Michi-Stütz verschwendet. Zeit für Sport. Ich bin heute immerhin schon Rad gefahren. Eine Liegestütz. So, der Elo in Mi 3 hat jetzt nochmal 1221 Bits gechiert. Elo in Mi 3. Thank you very much. Schreiben wir uns auf. 221 Bits. So, dann der Rasu 420. Hat im fünften Monat abonniert und schreibt, bin jetzt auch schon fünf Monate dabei. Ein Daumen hoch. Von mir auch ein Daumen hoch. Vielen Dank, lieber Rasu. Very appreciated not Dimes. Eine Michi-Stütz. So, der Elo hat nochmal 200 Bits gechiert. Lieber Elo, thank you very much. Very appreciated not Dimes. Und der Sir Douglas, also ein Blaublüter, hat bereits im fünften Monat abonniert. Auch an dieser Stelle eine Michi-Stütz. Thank you very much. Very appreciated not Dimes. So, dann sind wir schon mal Azure. Wir haben 20 Liegestütz schon zusammen. Das heißt, ich werde jetzt direkt mal welche wegmachen. Was ist denn in Büdingen? In Büdingen ist am Donnerstag der kommenden Woche, und zwar am 16. Juni, ein E-Auto-Tag. Du findest Informationen unter e-tag.org, hier, e-tag.org, am 16.06.2022, Informationsveranstaltung zur Elektromobilität. Mittlerweile sind 102 Fahrzeuge angemeldet, Fahrerinfo, mal sehen, ist das. Okay, auf der Wiese bilden wir mit 80 Fahrern einen großen, die ganze Aktion wird von zwei, drei Drohnen gefilmt. Wenn das E steht, winken alle mit ukrainischen Fähnchen. Puh, okay, da tue ich mich gerade schon wieder ein bisschen schwer. Fahrerinfo 2020, okay, da findet er auch alle Informationen. So, Video mit Schwimmbad, Ladeport, Anmeldung bedingt möglich. Aha, Anmeldung bedingt möglich. Also scheint schon jetzt nicht mehr möglich zu sein. Ich werde trotzdem versuchen, mich anzumelden. Vierter e-Tag am 16.06.2022 an von Leichnam in 36.654 Büdingen. Das findet dort statt. Vielen Dank für die Info, Michi. Gern geschehen, ich poste dir auch gerade nochmal den Link. Dann kannst du es dir nochmal selbst anschauen. Aber mehr Infos sind auf der Seite im Prinzip auch nicht zu finden. So, da nochmal der Link. Dazu eine kurze Info. Ich habe das ja reingestellt bei dir. Das ist mir angeschrieben. Anmeldungen sind nur für Leute, die mit ihrem Auto, äh, die mit ihrem Auto dort präsentieren wollen. Keine, das ist eine nicht kommerzielle Veranstaltung. Das heißt, es sind keine Händler oder so da, sondern es sind nur Privatleute, die Auskunft über Mobilität geben wollen. Also man muss sich nicht zwingend anmelden, aber man hat dann einen Parkplatz in dem Bereich, wo auch die anderen Elektroautos stehen. So habe ich das verstanden. Also da, äh, da, das ist wohl schon, ich weiß nicht, inwieweit da noch Möglichkeiten sind, damit ich nicht involviert bin. Aber es kann ja nicht schaden, wenn man sie trotzdem mal anfragt, ne? Also wenn ihr, wenn ihr da über Kontakt könnt ihr euch anmelden oder zumindest sagen, dass er kommt. Und dann kriegt ihr ja bestimmt eine Rückinformation, was, wie, wo und wann dann ist. Klaus, ist das so okay? Klaus, bist du noch da? Ja, ich habe schon Ja gesagt. Ah, okay, das hat man im Discord gehört. Okay, also meldet euch an, aber wie der Klaus schon sagt, A, nicht kommerziell. B, wenn ihr euch anmeldet, solltet ihr auch bereit sein, den Leuten, die Fragen haben, Auskunft zu geben. Und C, ist es nicht sicher, dass ihr dann auf dem Parkplatz, wo die Autos sind, auch noch parken könnt. Könnte sein, dass es auch schon dicht ist. Aber Anfragen kostet nichts und mehr als Nein sagen können sie ja nicht. Okay. Da kommt dann auf jeden Fall eine E-Mail zurückgeschrieben. Und ich glaube auch eine persönliche, ne? Also ich glaube, das ist nicht automatisiert. Richtig. Das ist, glaube ich, ein Hauptmann, der das irgendwie mit organisiert. Stefan Wolf, genau, glaube ich, oder? Na gut, wird man sehen, einfach anschreiben, fertig. Und dann zum Schluss gibt es so eine gemeinsame Ausfahrt, wo man sich dann auf einer Wiese trifft und dann soll dann dieses E gebildet werden. Und das wird dann von der Drohne gefilmt und die Leute sollen, wenn sie wollen, dann ein Fähnchen schwenken. Man muss aber nicht daran teilnehmen. Ja, also da muss ich ehrlich sagen, da würde ich mich raushalten, weil auch, ich würde auch mein Facebook-Profil jetzt nicht gelb-blau färben. Das gibt es ja auch nicht. Das soll jeder machen, wie er meint. Aber ich habe da irgendwie, weil es sind so viele Kriege, so viele Unglücke, so viele Tragödien. Und ja, das ist wie mit dem, war das in Frankreich, Jesuit, wie waren das? Da haben doch alle gesagt, wir sind dieses Satire-Plättchen, da wo es diesen Anschlag gab von Islamisten. Wisst ihr das noch? Weiß nicht, wie das hieß. Aber man müsste eigentlich andauernd sein Profil entsprechend mit irgendwas kennzeichnen oder einfärben. Und deshalb, ich tue mich damit schwer, muss ich ehrlich zugeben, weil ich da den Sinn nicht sehe. Aber jeder, so wie er mag, jeder nach der eigenen Fasson, ich bin da halt nicht so der Fan von. Aber, wie gesagt, jeder, wie er meint. Michi bleibt schwarz. Jawohl, ich bleibe schwarz. Charlie, Jesuit, Charlie, genau. Und da gab es dann ganz viele Profile und ich fand es für mich nicht passend. Oder auch mit Barcelona, da war dieser Anschlag in der U-Bahn, glaube ich. Ich frage mich auch immer, was das bewirken soll oder... Ja, aber wie gesagt, nur weil ich so ein oller Mieselbrim bin, heißt ja nicht, dass es doch eine tolle Sache ist und macht mit. Aber ich bleibe da jetzt erstmal weg. Weil da gibt es auch von dem Comedian Chesleneck, heißt der in den USA, wie heißt der mit Vorname? Anthony Chesleneck. Gibt es da ein, ja, so ein Programm, wo er auch einen Ausschnitt zu solchen Einfärbungen hat. Und ich sehe das genauso wie der Anthony Chesleneck. Ich werde es aber jetzt an der Stelle hier nicht sagen, wie der das sieht. Weil es auch wieder sehr unscharmant von ihm. So, äh, jetzt haben wir das. Ich habe hier wieder um Kopf und Kragen geredet. Charlene nennen wir hier Cola-Corn. Sagt das doch die U-Nin. Ja, das ist wieder... Okay, egal. Wir haben ja jetzt noch ein wichtiges Thema, was... Beziehungsweise ich muss erstmal die 20 Liegestütze wegmachen, ne? Was labere ich denn hier? Ich mache jetzt mal Liegestütze weg. So, wieder schöne Beine für euch hier auch von hinten, ne? Hier, guckt euch mal die Wadenmuskulatur an. Ja, das war halt, ne? Jetzt habe ich ein paar ausgelassen. Verdammt! Ich war jetzt ein paar zu viel. Aber gut, das ist an der Stelle dann halt so. Okay. So. So, okay. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was wir noch besprechen wollten. Ähm, da Joachim hat mir das, glaube ich, geschickt. Moin, ich gucke gerade nochmal. Habe ich das noch da? Un moment, si vous plaît. Studie, I'm researching. Ich habe es ja dazu geschrieben. Aber ich meine, es wäre der Joachim gewesen. Studie, schreibt Ecomendo.de. Den Link packe ich euch gerade mal in den Chat. Könnt ihr auch selbst noch mitlesen, wenn ihr wollt. Da habt ihr das. So. Also, Ecomendo.de, Titel, Studie. So wirkt sich Elektromobilität auf den globalen Ölverbrauch aus. Das Ding rutscht immer tiefer, da braucht er bald nicht mehr die Arme beugen, sagt der TMC. Was heißt das Ding rutscht immer tiefer? Ähm, dachte mir, ist hier genauso. Ostwestfalen, schreibt der Licker, weiß aber was er meint. Jede Menge Schützenfesterfahrung, sagt der Volker, okay. Die Liegestütze sind schon sehr obszön, sagt der Tobias, sehe ich gar nicht so. Okay, aber wir gehen jetzt mal in die Studie. Also, diese Studie ist von Bloomberg New Energy Finance. Und die haben sich damit beschäftigt, wie sich Elektroautos auf den Verbrauch von Öl auswirken. Ähm, im vergangenen Jahr hat der Straßenverkehr täglich, täglich, 43,7 Millionen Bärrel Öl verbraucht. Verbrannt, für immer weg, kommen nie mehr zurück. Ähm, das ist ein bisschen mehr als 2015. Die Einsparungen durch E-Fahrzeuge haben sich dabei aber mehr als verdoppelt. Ähm, also laut diesem Bloomberg BNEF, ähm, äh, wurden durch Elektrofahrzeuge, also nicht nur Elektroautos, sondern alles, was da elektrisch ist, 1,5 Millionen Bärrel Öl pro Tag vermieden. Das entspricht etwa 3,3 Prozent der Gesamtnachfrage. Ähm, und dieser, ähm, dieser Rückgang entspricht ungefähr einem Fünftel der russischen Exporte von Öl und Ölprodukten vor dem Krieg gegen die Ukraine. Äh, und etwa dem Doppelten der deutschen Importe von russischem Öl und Ölprodukten zum Ende 2021. Wir reden ja aber von täglichem, äh, Import, ne? Muss sagen, die Mengen sind unvorstellbar, was da jeden Tag an Öl auf der Welt verbrannt wird. Das ist unglaublich, dass wir das jetzt schon seit 100 Jahren so machen oder über 100 Jahren. Es ist nur peinlich. Wir werden als die größten Umweltschweine in den nächsten 1, 200 Jahren von den darauffolgenden Generationen gesehen werden. So, ähm, es werden auf jeden Fall in dieser Analyse Teil, Voll- und Wasserstoffelektrische Pkw, Busse und Nutzfahrzeuge sowie Fahrzeuge mit zwei oder drei Rädern berücksichtigt. Ähm, dup, 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 dup. Äh, auf letztere entfielen im Jahr 2021 67 Prozent des vermiedenden Ölbedarfs. Also auf letztere ein oder zwei Räder, also auf Motorräder. Das ist ja ein Ding. Äh, das ist aber darauf zurückzuführen, dass diese Fahrzeuge sich in Asien besonders schnell verbreiten, schreibt ekomendo.de. Klar, wenn man daran denkt, in den asiatischen Städten oder auch in Indien, ne, was da an Rollern rumfährt. Und wenn das alles elektrisch ist, dann wird schon einiges eingespart. Ähm, äh, mit 16 Prozent folgen dann Elektrobusse und ePkw mit 13 Prozent. E-Nutzfahrzeuge machen 4 Prozent aus. So, im Netto-Null-Szenario von BNEF, bei dem bis 2050 weltweit eine emissionsfreie Fahrzeugflotte erreicht wird, ist natürlich ein ambitioniertes Ziel, muss man auch ganz klar sagen, ne, weil bis die Bestandsfahrzeuge alle ausgetauscht sind, äh, steigt die Verdrängung von Öl auf über 7 Millionen Bärrel pro Tag im Jahr 2030. 2030, das entspräche in etwa den gesamten russischen Ausfuhren von Öl und Produkten vor dem Krieg. Also bis 2030, ich hoffe, hier heißt es mehr, können wir 7 Millionen Bärrel pro Tag einsparen durch Elektromobilität. Die Zahl steigt den Analysten nach auf fast 16 Millionen Bärrel pro Tag im Jahr 2035. Also die Kurve wird dann auch ein bisschen stärker. Aber ich finde, das sind doch schon mal beeindruckende Zahlen, man hat das gar nicht so auf dem Schirm, dass das Elektroauto ja auch dazu beiträgt, gerade wenn man es dann noch von der eigenen PV-Anlage oftmals laden kann, den Ölverbrauch zu verringern, ne, und uns auch unabhängig zu machen von solchen Schurkenstaaten, ne, dann brauchen wir in Zukunft auch nicht mehr die WM in Katar im November auszutragen. Und der Habeck muss nicht hinfahren und fragen, können wir von euch Flüssiggas haben, ne. Das sind ja alles so Probleme, die viele gar nicht auf dem Schirm haben und immer nur sagen, mhm, Elektroauto langweilig und blöd, ne. Aber in Wirklichkeit hat Elektromobilität oder Elektrifizierung an sich riesige Vorteile, wenn wir es halt hinbekommen, das Ganze auf Erneuerbare umzustellen. Jetzt gucke ich mal, was ihr dazu schreibt. Wenn ihr überhaupt was schreibt, ist echt wenig los im Chat heute. Was ist denn los? Seid ihr alle schon eingeschlafen oder macht ihr noch was anderes? Ich finde es ja erstaunlich, dass wir so viele Milliarden Tonnen einfach aus der Erde rauspumpen können, ohne dass da alles mögliche an Struktur zusammenbricht. Da entstehen doch riesige Hohlräume. Ja, aber werden die nicht mit Wasser wieder gefüllt? Wie ist denn das? Ich kenne mich da gar nicht aus. Mal gucken, was da kommt. Moment, also. Ähm, Ölförderung. Ohrlöcher. Wasser. Füllen. Mal gucken, was da kommt. Ah, hier haben wir doch schon was. Was passiert mit Hohlräumen, die bei der Förderung von Erdöl und Gas entstehen? Warum dreht sich die Erde? Aha. Ohrlöcher. Sie überlagen gerade diese Organisationen. Es gibt ja noch ein Öl-Ölf Yahoo ever. -"Änn". Ölförderung, Gesteinsschichten zu bringen. So, ähm, wird häufig gas oder wasser in die lagerstätte gepumpt einen unterdruck zu schaffen nach und nach erfolgt dann druckausgleiche mit innen durch grundwasser also grundwasser fließt nach welches aus benachbarten gesteinsschichten in die ölführenden schichten eindringt dies ist auch der grund warum an öllagerstätten nicht vollständig entleeren kann irgendwann steigt der wassergehalt im öl bei der förderung so stark an dass sich eine weitere förderung nicht mehr lohnt schreibt moin was ist das für eine seite marx-plank-institut für dynamik und selbstorganisation link packe ich ja auch noch mal rein hat der weiß stefan gesagt also mit anderen wurden da fließt irgendwann wasser automatisch nach scheint sich von alleine auszugleichen und zum pumpen an sich wird aber wasser teilweise nachgepumpt so nein öl ist kein see sondern sowas wie ein schwamm man muss also gar nicht so sehr füllen hippo streaming deckt sich mit dem was auch der stefan weiß sagt zumindest ist das bei kohle ein riesen problem was da an wasser im ruhrgebiet verbraucht wird ja das stimmt man pumpt wasser ein oder dampf um öl flüssiger und damit leichter zu machen lasst das mal den erich oder den otto sagen buppa das können die gar nicht sagen können die nur sagen pumpa pump bar können die gar nicht sagen der druck ist glaube ich so stark dass dies fast keinen unterschied macht ja also der grundsätzliche druck schreibt auch der stefan weiß ist schon so stark dass man gar nicht nachpumpen muss am anfang es sei denn ist es schon viel gefördert wurden aus der förderstelle verkaufszahlen von mobets in indonesien indonesia in 2021 fünf millionen sieben fünfzigtausend 516 units of motorcycle zones also über fünf millionen autos allein in indonesia autos scooter roller in indonesien und wenn die alle elektrisch sind dann macht das einen unterschied again what learn schreibt der wuschel der elome 3 schreibt bei kohle glaube ich ist das glaube ich problematischer ja weil bei kohle baust du ja wirklich ab und es bleiben stollen übrig und da fließt ja auch ganz oft ein grundwasser nach und überflutet den stollen und sorgt dann glaube ich auch dafür dass das gestein unter umständen nachfällt oder so weiter deshalb senkt sich dort auch in diesen ganzen ruhrgebietsbereichen der boden das wird dann zu rissenen häusern und so weiter und so fort ist alles nicht ohne deshalb gut dass ich hier in der grün bin und hier keine kohle abgebaut wird gut aber was sagt ihr denn zur öleinsparung discord habt ihr eine meinung dazu hallo discord sind alle eingeschlafen nein aber was soll man dazu sagen zur öleinsparung je mehr desto besser und auf jedes dach gehört eine pv-anlage und wer immer die möglichkeit hat sollte gar nicht mehr über verbrenner autos nachdenken also wenn man ein familienhaus mit garage hat gibt es kein verbrenner auto ja wenn du in der tiefgarage in der mietwohnung wo du nicht selbst laden wo du nicht im haus laden kannst und einen halben kilometer durch den regen laufen muss und ich weiß ob du überhaupt laden kannst ist was anderes ja dann hättest du gedacht dass das ja dass der verbrauch an sich schon so hoch ist ich hatte auch mal eine seite wo man die tägliche ölförderung sehen konnte das ist wahnsinn was da jeden tag aus der erde gepumpt wird könnte man also deutlich reduzieren und es ist auch unsinn dass man die sahara nicht mit solarpanels zu pflaster kann das kann man schon ja ich denke auch dass es grundsätzlich möglich ist und man das auch machen soll es gibt ja auch andere möglichkeiten zum beispiel mit solchen parabol spiegeln die sonne zu reflektieren auf einen punkt zu fokussieren und dann entsprechend hitze zu erzeugen und darüber auch wieder strom dann über dampf oder was auch immer was sie dafür eine flüssigkeit verwenden da gibt schon einige möglichkeiten wir müssen es nur nutzen und das elektroauto ist natürlich auch nicht der umwelt engel muss man auch klar sagen kein umwelt retter aber so im vergleich zum verbrenner das kleinere übel und wir alle wissen wir kriegen irgendwann hoffentlich in geschlossenen rohstoff kreis nahezu geschlossenen und dann brauchen wir auch nichts mehr großartig abzubauen sondern dann speisen die alten elektroautos praktisch wieder die neuen autos mit rohstoffen am sinnvollsten wäre natürlich öpnv brauchen wir darüber zu reden wobei ja auch allein durch diese kofit geschichte und durch das home office ich glaube dadurch wird schon auch der ein oder andere kilometer eingespart oder glaubt ihr das ist gar keine große auswirkung mit dem homo das hat da jemand eine meinung dazu ich wollte was zu dem thema vorher sagen man muss ich mal angucken wenn also rohe förderung fx effizieren also etwas effizienter zu machen man muss sich mal angucken je mehr elektroautos wir benutzen desto weniger strom werden wir verbrauchen ja weil ja auch wieder die raffinierung von von öl auch wieder energie verbraucht meinst du das oder wie meinst du es genau also es gibt eine studie in schweden hat man gesagt je mehr auto elektroautos fahren desto weniger strom brauchen im endeffekt weil wir verbrauchen dann montan 20 prozent zum fahren von dem was wir halt verbrennen und rest ist wärme man muss man muss halt auch wieder sagen je nachdem welche studie ob so viel ist weiß ich nicht aber wie du schon sagst es hängt ja auch noch es hängt ja auch noch infrastruktur mit dran es hängt tankstellen mit dran es hängen pumpen mit dran es wird ja überall gepumpt 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 das kostet natürlich auch energie und deshalb ich sehe es wie du also ich denke wir werden überrascht sein wie stark dieser wechsel hin zum elektroauto auch unseren gesamten energiehunger verringert aber ich habe die unterbauen wolltest du noch was dazu sagen nein das ist halt bei ganz beim ins wird mein ja ja man braucht extra strom aber ich brauche ja keinen strom mehr um das andere zu erzeugen nur wenn wir halt so ein mischmaß machen brauchen wir viel mehr strom so ein mischmaß was meinst du jetzt mit mischmaß ja also sagen wir so wenn ich 100 prozent auf elektro umstelle brauche ich weniger strom als eine 50 pro elektro umstelle weil du brauchst ja ungefähr 50 kw an strom um ungefähr so sechs liter benzin zu erzeugen und 100 kilometer zu fahren du hast jetzt die 50 kilowattstunden hier das ist ungefähr eine grobe einschätzung kann man gibt es sind gibt es schon drüber weil ich habe mal was dann sechs kilowattstunden gelesen ja 500 kilometer sechs kliver stunden ein liter ja wenn damit 100 kilometer fahren willst naja hast recht ja stimmt hast recht klar ja stimmt es deckt sich mit dem jaja okay du hast recht du hast auf 100 kilometer schon hochgerechnet sondern da denkt ganz ganz wenig dran und du kannst du mit dem auto 50 fährst da kommst du nur für zwei bis drei kilometer weit ja mit der gleichen energiemenge also das wird sich noch einiges tun dabei ich gehe auch davon aus dass das eine ganz gravierende veränderung bringen wird aber das das wissen wir eigentlich alle also eigentlich ist diese studie so richtig überraschend ist es dann auch wieder nett das was halt erschreckend ist diese zahlen mal zu hören wie viel öl wirklich verbraucht wird das ist unfassbar ich guck gerade mal was der chat dazu schreibt oder wolltest du noch was sagen tschuldigung dann ja vor allem es ist weg holst du nicht wieder während das lithium im akku kannst du wieder recyceln jetzt hat er daniel mikrostrum geschaltet ich glaube ich habe ihm noch mal unterbrochen so wahrscheinlich böse wolltest noch was sagen daniel ich bin nicht böse nur es wirklich ein bisschen laut und deshalb schalte ich immer schon okay so also oder wollte er noch was sagen jetzt weiß es nicht sieht nicht so aus okay jetzt gucke ich mal was der chat dazu schreibt bei kohle glaube ich das glaube ich problematisch und wir sind öl frei also elo scheint öl frei zu sein öl sparen finde ich gut ja finden alle gut glaube ich in der rhönen wird cola abgebaut nein auch keine cola torsten das wurde hier mal abgebaut wird hier überhaupt mal was abgebaut ich wusste echt nicht was hier abgebaut wird keine ahnung ich vermute aber auch bei erneuerbaren probleme die sich ja später zeigen werden irgendwas ist immer hammer kam mit irgendwelchen problemen wird man sich auseinandersetzen müssen und vielleicht ist ja in 100 jahren wasserstoff auch in irgendeiner form ein wichtiges thema weil man muss ja zum beispiel wir hatten ja das thema pv in der wüste man muss diese energie ja auch irgendwie dann in andere länder hinbekommen und dann kann wasserstoff schon eine lösung sein aber ob man pkw bereich irgendwann eine rolle spielt das war ich zu bezweifeln wegen der wegen dem schlechten wirkungsgrad die biogas und solarkraft plus wasserkraft schreibt der elo ok also darauf habt ihr umgestellt komisch ist das gibt es kauf ist das gibt es kauf schlechte presse hexte kein satz eventuell sollte tesla mal bergbau machen dann wäre das problem gleich in den medien ja das ist so wenn tesla das macht ich weiß gar nicht dass die die haben doch haben die nicht auch lithium unternehmen aufgekauft um zukünftig da selbst lithium abzubauen zu fördern auf eigene rechnung dass da noch nichts in den medien war so nach dem motto sie zerstören die ganze umwelt in dem silizium abbauen erstaunlich also elo sagt mich kann putin schon seit neun jahren am punkt 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 lecken okay können wir leider nicht alle sagen nahmen dann alle mama lauda ist noch nachgekommen wir sind aber laut genug nehme ich an sahara und pv geht nicht weil es zu heiß für die panel da wird alles mit parabol gemacht ja parabol hatte ich aber schon angesprochen habe ich schon angesprochen sing ich habe drei haare auf dem kopf ich bin ein röner weil röner ist ein schöner sagt der wuschel ja ganz toll wenn das ja mal singen würde du kannst gerne meine audio datei mir zu schicken es gab untersuchungen zum feinstaub während covid-zeiten sagte hunzen mal sehen ob da noch was kommt aber im frachtverkehr ist null einbruch ja frachtverkehr wird das nächste thema dann sein und auch natürlich die 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 wärmeerzeugung in den in den wohnhäusern in den wohngebäuden und auch in industriegebäuden und in den bürohäusern ähnliches da muss man sich natürlich auch gedanken machen da wird es aber garantiert bald eine massive förderung auch für wärmepumpen geben problem ist nur auf wärmepumpen kriegt man nicht mehr zahlt ohne ende es gibt keine handwerker wir sind im moment in einer ganz merkwürdigen zeit so hippo streaming sagt home office ist ein massiver einfluss für alle pendler in der stadt selber was soll's aber für alle die pendeln ist home office ein massiver unterschied auch beim müllverbrauch sehe ich auch so und auch bei der lebenszeit weil durchs pendeln das jetzt mal ganz ab von den gesparten diesel oder benzin auch die lebenszeit die man spart aber wir hatten das thema auch schon mal ich glaube im letzten twitch stream da sind einige kein fan von dem home office weil sie sagen der wird nicht geschafft also es ist immer schwierig so enemy 3 sagt gerade noch mal ein liter benzin verbraucht 1,54 kilowattstunden strom nur in der raffinerie ja und er wird noch gepumpt noch transportiert und so weiter weil die 7 das öl mit raffinerieren weil die 7 das öl mit raffinerieren mit strom aber raffinieren ja so 50 kilowattstunden brauchst du schon für ein kilogramm wasserstoff carbon capture und fischer tropsch synthese kommen dann noch obendrauf gegen den zweiten hauptsatz der thermodynamik kämpfen ist aufwendig keine ahnung wovon der folge spricht ich sage immer ja ja bad terren schreibt es ist nicht weg es ist in der atmosphäre korrekt gute nacht an alle oder in bäumen dann halt oder in pflanzen co2 wird ja dann auch wieder aufgenommen ist ja nicht nur schlecht co2 sehr douglas sagt gute nacht an alle kurz nächtlich sehr douglas vielen dank fürs einschalten hippo streaming schreibt also alle wissenschaftlichen quellen die ich gefunden habe bewegen sich zwischen 1,5 und 4 kilowattstunden pro liter diesel die 42 liter für 6 liter diesel finde ich so nicht ja aber wenn du 4 kilowattstunden pro liter diesel okay dann bist du bei 24 liter ja aber die der der hintergrund gedanke grundsätzlich steht und es kommt immer darauf an von wem die studie ist und wenn man überlegt das öl wird aus dem boden gebummt wird dann an hafen gebummt dort wird ein schiff gebummt das schiff fährt an wieder in hafen wo wieder gebummt wird dann wird in der ravenie ravenie wird gebummt dann wird es unter umständen in ein binnenschiff gebummt oder ein lkw gebummt es wird immer gebummt 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 in die tankstelle wird es gebummt aus der tankstelle wieder raus gebummt ich glaube schon dass da einiges an energieverbrauch zusammenkommt eine minute werbung echt zu lang nun auch habe ich nicht geschaut ich habe 30 und das habe ich 30 sekunden glaube ich das ist dann eine sache die twitch wahrscheinlich macht oder ich kann ja also es sound alerts nicht kann ich gar keine entscheidung doch ran one minute app aber habe ich nicht gemacht keine ahnung was das jetzt war michi glaub mir du willst mich nicht singen hören ansonsten das band treffen kommt ja noch schau mal wuschel 350 grad für diesel und 400 grad für benzin das braucht halt ein bisschen energie in der rappenerie albert wenn das so hohe temperaturen sind ich kenne mich da jetzt auch nicht aus muss also vorsichtig sein kann das schon sein wird der strom strom bei home office bezahlt von der firma ich weiß ob es da firmen gibt die das bezahlen kann ich nicht sagen also bei uns wo das net bezahlt oder ein dsl anschluss wird net bezahlt also aber wir haben pauschal da gibt es eine pauschale von 56 euro glaube ich im monat für büroausstattung und so und die haben wir sowieso immer schon gekriegt also das jeden monat irgendwas um die 50 euro waren das glaube ich ein glas cola bier vom tisch schubsen braucht weniger energie das dann wieder rückgängig machen also das glas wieder zusammensetzen und die flüssigkeit vom boden wischen und ins glas füllen braucht viel mehr energie das socket tuning ist heute auch philosophisch unterwegs hippos theme schreibt jetzt noch overalls stromverbrauch bei öl da bin ich dabei das ist sehr hoch aber das öffentliche stromnetz sieht bestimmt die hälfte davon gar nicht schmutzig ist der treibstoff natürlich trotzdem aber der stromverbrauch im öffentlichen netz steigt im resultat schon erheblich an ja man muss auch sagen die ganzen öl firmen halten sich ja bedeckt was den stromverbrauch angeht vielleicht weiß man 50 jahren wie hoch der ist und vielleicht sagt man das ja wahnsinn wie viel strom wird oder energie wir verbraucht haben nur um einen liter benzin oder diesel zur verfügung zu stellen vielleicht sind die werte die wir hier annehmen viel geringer so das sollte nämlich mal testen mit dem cola glas ja ihr könnt mich mal kreuzweise freunde so wenn du keine werbung schaltest macht witzig das automatisch wenn du werbung schaltest wenn du zum beispiel auf dem klo bist kommt eine zeit lang keine werbung mehr ja aber ich bin ja nie auf dem klo ich ziehe ja immer durch bin ja die maschine ich werde auch die twitch maschine genannt oder streaming maschine ok aber wir sind jetzt schon wieder bei einer stunde vier wir haben auch alle themen die ich besprechen wollte die haben wir eigentlich besprochen ja mir fällt sonst echt nichts mehr ein sonst habe ich auch nichts vorbereitet der tobias war heute hauptthema mit seinem kia ev 6 und diese studie zum ölverbrauch ich wie gesagt ich rechne lieber positiv für die e mobilität und gehe davon aus dass noch viel mehr ist also hippo streaming bei antwortet gerade noch die frage von nun auch bezüglich des stroms wir kriegen 600 euro im jahr und einen arbeitsplatz aber die 600 euro sind pauschal für alles also essen kleidung webcams verbrauchsmaterialien et cetera et cetera der habende the machine so sieht es aus edo in mit drei und the machine erklärt jetzt den heutigen stream dann auch offiziell für am ende wir müssen uns jetzt noch überlegen wen wir reden sollen die polkat geht sicherlich nicht weil die wird jetzt nicht mehr online sein die hat ja uns geredet welche ehre und wir schauen jetzt mal wer da noch sondern sie könnt jetzt aber auch vorschläge machen so ich habe doch hier gerade auch stumm geschaltet halt warum höre ich mich noch so die bei kuriers der cola marmeladen oma ja nie diesen anderen online emily ist online also schreibt doch mal bitte wen ihr gerne reden wolltet wen ihr da als in frage kommend seht und heise online pc gaming show heise online hat ein twitch kanal ist ja krass ok freunde ich mache jetzt erst noch mal eine aufnahme der punkte das sind das sind drei also drei liegestütze muss ich mindestens machen für die punkte weil aber ich habe glaube ich auch noch gesehen da waren glaube ich noch mal punkte genau e3 hat noch mal 100 bits gespielt vielen dank lieber e3 für die 100 bits kommen ja mal eine hinterher auf geht's noch sehen aber ein paar extra gemacht damit man wieder umgemoselt wird noch die beine durch das machen nur für die damen noch mal falls noch damen da sind wunderbar der peter ist nachgekommen und hat noch mal zehn community subs gegiftet lieber peter die mache ich gerade noch schnell weg vielen herzlichen dank lieber peter wäre ihr brieche den hard times so ach jetzt hat noch mal also 15 liegestütz für den lieben peter ja unseren sporthundezüchter so also wenn jetzt liegestütz gemacht 15 brauche jetzt noch so war noch mal 15 jetzt reicht es aber auch für euch ein paar extra gemacht und schon kommt der peter ums eck so wen reden wir denn jetzt habt ihr jemanden peter vor vize genau peter hat noch mal fünf stück hinterher gejagt die mache ich jetzt nicht mehr ich merke nämlich meine oberarme schon ich so richtig fit bin ich heute nicht 1 2 3 4 5 wir gehen also mit ein bisschen schulden aus dem stream aber jetzt würde mich noch interessieren hat jemand von euch putzig also albert schreibt emily ich glaube heute lasse ich den albert mal entscheiden nehmen wir den die emily heute oder es gibt nur einen oben jawohl eloy mit drei so sieht es aus also wir nehmen die emily wann geht es los ist damit nordcup gemeint übrigens noch eine bitte an euch alle lasst doch linken neuen tab öffnen bitte noch ein follow für den rindy da string a string c das poste ich euch gerade mal rein das ist der kanal vom rindy der wird seine nordcup fahrt streamen und der herzallerliebste mit geld nicht zu bezahlende stilauto von dem auch hier dieser fezen ist der wird ebenfalls seine nordcup fahrt ach jetzt habe ich noch dasselbe das war noch mal der rindy und das ist der otto lasst da bitte mal ein follow da die werden ihre fahrten zum nordcup live streamen und zwar komplett wenn ich es verstanden habe richtig verstanden habe haben ordentlich in die technik investiert die freuen sich wenn ihr da ein bisschen zuschaut gut und wir reden jetzt rüber zur herzallerliebsten mit geld nicht zu bezahlenden emily so ähm raid channel emily so hä wo ist sie denn warum taucht die panina als erster auf da ist sie ok also lieber discord wollt ihr euch mal verabschieden gute nacht schöne woche gute nacht und auch eine schöne woche gute nacht verabschiedung lieber discord oh jetzt euch lieber discord vielen dank fürs mitmachen ich wünsche euch einen schönen rest sonntag eine schöne woche lieber chat vielen dank fürs mitmachen euch auch einen schönen rest sonntag und noch eine schöne woche sind ja eh nur noch 38 minuten wir sehen uns hoffentlich am donnerstag oder spätestens am sonntag wieder oder zur verbrauchsfahrt auf dem live kanal mit dem bmw4 schul wenn ich verbrauchsfahrt vermutlich wenn es gut läuft am dienstag oder dann halt am